Otto Eduard, O. E. Hasse war ein deutscher Schauspieler, Regisseur, Hörspiel- und Synchronsprecher. Leben schon als Kind sammelte der Sohn eines Schmieds erste Theatererfahrungen an seiner Schule in Kolmar, Posen, zusammen mit seiner Mitschülerin Bertha Drews. Nach dem Abitur begann Hasse in Berlin ein Jurastudium, das er allerdings nach drei Semestern abbrach. Er wechselte zur weiteren Ausbildung als Schauspieler an die Max-Rheinhard-Schule am Deutschen Theater. Nachdem er diese erfolgreich abgeschlossen hatte, trat er an der Berliner Jungen Bühne, am Harzer Sommertheater in Thale, in Breslau und an den Münchner Kammerspielen auf. Hier arbeitete er auch als Regisseur. Im Frühjahr 1939 wurde Hasse in München wegen Homosexualität gemäß 175 zu zwei Monaten Gefängnis verurteilt, was nach der damaligen Strafpraxis als ein relativ mildes Urteil galt. Als Strafmildernd wurden seine Unbescholtenheit, sein Geständnis und seine künstlerischen Leistungen gewertet. So sei Hitler von Hasses Auftritt in Cäsar und Kleopatra, stark beeindruckt gewesen. Nach Hasses Haftentlassung gab ihm der Münchner Inspektor der Sicherheitspolizei, SS-Oberführer Beutel, die Zusicherung, dass er, keine beruflichen Schwierigkeiten, zu erwarten habe. Dies war einer sogenannten, Sondergenehmigung, durch Goebbels geschuldet. 1939 erhielt Hasse einen Vertrag in Prag für das dort gegründete Deutsche Theater und verwendete von da an den Namen O. E. Hasse. Nachdem er dort im Oktober 1940 auf Betreiben eines konkurrierenden Schauspielers erneut als «untragbar» suspendiert worden war, setzte sich Goebbels gegen den deutschen Stadthalter in Prag Karl Hermann Frank durch und ließ die Suspendierung aufheben. Seine Filmkarriere begann Hasse bereits 1931 mit kleineren Nebenrollen, Z. B. in Stukas, Rembrandt oder Dr. Krippen an Bord. Einen großen internationalen Erfolg hatte Hasse in dem Hitchcock-Film Ich beichte an der Seite von Montgomery Clift und in Deutschland mit der Titelrolle in dem Film Canaris. Hasse spielte mit in zwei Teilen der 08, 15, Trilogie, in der Filmkomödie Kitty und die große Welt, in Asenelüpe, der Millionendieb als Kaiser Wilhelm II., sowie als Staatsanwalt von Tresco in der Spörl-Verfilmung der Maulkorb von Wolfgang Staute. Auch an den Romanverfilmungen von Frau Warens Gewerbe nach George Bernard Shaw und die Ehe des Herrn Mississippi nach Friedrich Dörenmatt war er beteiligt. Krimi-Fans kennen O. E. Hasse auch aus Die Todesstrahlen des Dr. Mabuse. Bekannt war seine Darstellung des Stabsarztes in dem auf dem Roman von Heinz G. Konsalik-basierenden Film Der Arzt von Stalingrad über die Gefangenschaftserlebnisse des Arztes Ottmar Kohler, neben Eva Bartok als russische Ärztin und dem jungen Mario Adolf als Sanitäter. Hasse war mit Auftritten auf der Bühne gleichermaßen wie auf der Filmleinwand präsent. 1961 unternahm er zusammen mit Elisabeth Bergner eine Gastspielreise durch die USA mit dem Bühnenstück geliebter Lügner von Jerome Kilty. 1967 trat er als Winston Churchill in Rolf Hochhuts umstrittenen Stück Soldaten an der Freien Volksbühne in Berlin auf. 1971 spielte er am Burgtheater in Wien unter der Regie von Gerhard Klingenberg die Titelrolle von William Shakespeare's Julius Caesar. War Hasses Darstellungsstil zunächst geprägt durch eine expressive und oft theatralisch wirkende Spielweise der 20er Jahre, die sich auch in einer häufig exaltierten Sprechweise mit teilweise übertriebenen Betonungen einzelner Satzpassagen äußerte, so entwickelte er mit zunehmendem Alter eine sehr konzentrierte, zurückgenommene Spielweise. Dabei gelang es ihm, mit einer sehr zurückhaltend und gezielt eingesetzten Körpersprache und seiner immer markanter werdenden rauen, dunklen Stimme seinen Figuren eine einzigartige Wirkung zu verleihen. Erst spät kam Hasse mit dem Fernsehen in Berührung. 1975 verfilmte Peter Zadek das Theaterstück Eiszeit von Tankred Dorst mit Hasse in der Rolle des 90-jährigen Literaturnobelpreisträgers Knut Hamsun, nach Meinung vieler Kritiker eine der eindrucksvollsten Rollen des Schauspielers. Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Zadek wiederholte Hasse 1977 in der Fernsehadaption von Brendan Behans Theaterstück Die Geisel. Seine letzte künstlerische Arbeit war die Theaterrolle des Dinas Shanderson in Kurt Götz, Dr. Matt. Hiob Pretorius in der Berliner Komödie am Kurfürstendamm. 1959 war Hasse Jury-Mitglied bei den internationalen Filmfestspielen in Berlin. Er war unter anderem die markante deutsche Synchronstimme von Charles Lotton, Humphrey Bogart, Spencer Tracy und Clark Gable. Zu seinen Hörspielrollen gehört zum Beispiel die Figur des Kapitäns Quake in der Funkfassung von Die Kane war ihr Schicksal nach Hermann Wook. Oh, eh, Hasse gehörte einer Generation an, die ihr Privatleben streng vom Beruf trennte. Auch wenn er seine Homosexualität nie leugnete, so war es doch für ihn als Künstler in den 1950er Jahren und angesichts möglicher Strafverfolgungen nach 175 StGB schwierig, eine solche Identität leben zu können. Er sah sich, wie andere seiner Zeitgenossen gezwungen, seine Orientierung wie eine heimliche Angelegenheit zu behandeln. Sein Lebensgefährte der letzten drei Lebensjahrzehnte war Max Wiener, der für eine bestimmte Zeit Mitglied der Konzernleitung von Ringier war. Seit 1981 wird jährlich der O.E. Hassepreis von der O.E. Hassestiftung vergeben, die von der Akademie der Künste betreut wird. Damit wird das Vermächtnis des Schauspielers erfüllt, der zur Förderung des Schauspielernachwuchses eine Auszeichnung mit Geld bestimmt hatte. Die Preise werden von der Stiftung jungen Darstellern des Sprech- und Musiktheaters zuerkannt. Hasse wurde auf dem Waldfriedhof Dahlem beerdigt. Die Grabstätte gehört zu den Berliner Ehrengräbern. Sein schriftlicher Nachlass befindet sich im Archiv der Akademie der Künste in Berlin.